Okay, jetzt geht's weiter. Zwei Tage später. Nach der ersten Aufnahme und der zweiten Aufnahme. Und ich hab ihn hier nicht rasiert. Ich hoffe, man sieht den leichten Bart nicht. Naja, egal. So, jetzt geht's weiter hier in den grausamen Spiel. Na, 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 na. So, von da. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Weil ja alles dunkel ist und alles gleich aussieht. Ich hab mir jetzt aber vorgenommen, dass ich weniger Angstzustände bekomme. Ich versuch's mal. So, ich glaub da war irgendwas da. Ja, hallo. Servus. Gut. Hier ist der Strom. Hier waren Batterien. Gut. Ah, das VRK-Renner. Guck. 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 Acht. Guck. Ach, ich geh da jetzt lang für das Fieber. Das ist ja groß passiert. Ich hasse diese Lampe. Hier gibt es so viele Wege, ich weiß gar nicht, wo lang ich gehen soll. Da lang, da lang, da lang. Oh, da ist das Vieh. Oh, da lang, da lang. Oh, da lang, da lang. Oh, scheiß, scheißdruck. Ah, wo fängt das her? Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Mir fällt auf, ich sage oft, dass... Ich sage sehr oft, oh mein Gott. Passt ja auch bei dem Spiel. Ich renne jetzt einfach. Tut mir leid. Aber ich sehe... Ja, ja. Ah, schon wieder. Verdammt nochmal. Schade, dass ich keine Waffen habe. Ich würde die gern umbringen, diese eckhaften Viecher. Was ist das Vieh jetzt? Auf jeden Fall höre ich es nicht. Ich gehe jetzt einfach runter. Oh, der ist heller. Das ist mal schön. Gleich. Was ist jetzt passiert? Fortschritt gespeichert, gönn dir eine Pause. Was ist jetzt los? Ach, ich gehe oder renne hier einfach mal durch. Naja, ich gehe lieber. Was ist besser, wenn ich das Licht aus habe oder das Licht an habe? Also, wenn mich etwas umbringt hier. Eigentlich vollkommen egal. Also, das Spiel ist bis jetzt das heftigste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und ich habe schon sehr viele Horrorspiele gespielt. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Irgendwie fehlen mir hier Geister in dem Spiel. Irgendwie gefällt es mir besser. Es ist offener. So, da geht es hoch. Ich will auch mal hier gucken. Batterien für die idiotische Taschenlampe. Also, das sind sehr viele Straßen. Wer das baute? Naja. Was ist das? Schornsteine? Fabriken? Ich gucke lieber. Ist da vorne was? Ja, ich gehe jetzt nicht dran. Tut mir leid. Ich schwöre mir mehrere Wege. Uh. Hau ab. Du Vieh. Jetzt ist alles dunkel. Also, echt, das sieht aber sehr komisch aus hier. Ja, ich gehe ran. Obwohl, das Spiel kostete 19,19 Euro, wo ich es gekauft habe. Warum haben Dana und du eigentlich Schluss gemacht? Ihr habt so gut zusammengepasst, weißt du? Das perfekte Paar. Kenn ich nicht. Ich kann sie mir mit keinem anderen vorstellen. Aber, hey. Ich meine, du warst echt gestresst damals. Hattest kaum Zeit. Glaub mir, ich weiß das. Da ist ja die Gelde wieder. Wie geht's so? Das wirkt komisch, wenn hier draußen, an dem Dorf, LKWs vorbeifahren. Das wirkt, wie ob das im Spiel ist. Ich sehe nichts. Sie sind immer da unten in der Grube und heulen nach mehr Fleisch. Was soll denn passieren, außer dass ich sterbe? Was soll denn passieren, außer dass ich sterbe? Wir fehlen echt Waffen in dem Spiel. Wie ist das Blut? Oh. Ich frage mich, wer von diesen Kreaturen den Ton aufnimmt, dieses Geschrei. Äh, wie das gemacht wird. Völlig komisch. Männer. Ah, guck ich mal rein. Das sieht geil aus. Die Fabrik. Irgendwie erinnert mich das gleich, dass wir an sein Tür... Ah, hier hat was weggeworfen. Oh. Oh nein. Ich kapier das Spiel nicht. Irgendwie. Für mich ist es ein sinnloser Albtraum. Was ist das da? Hier sieht aus wie das Albträum. Mein Gott. Wie das aussieht hier. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Tut mir leid. Das Vieh läuft bestimmt hinter mir her. Mann. Wenn das 2D wäre, wäre das Spiel. Wäre das nicht so schlimm. Ich gehe jetzt einfach hier ins Licht. Ich habe Angst. Ah, mein Gott. How up. How up. Eee. 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 How up. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ja, er wichst dir einen. Hätte ich nur eine Waffe. Ich könnte dich abschießen. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Verschwinde. 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 Gott, hätte ich nur eine Kettensäge. Das ist auch ein lustiger Bug. Greif mich ja nicht an. Gott, was ist das für ein Spiel nur. Was ist das für ein krankes Spiel. So, ich habe mitgehen mit denen. Auf jeden Fall, das ist ein Mensch, glaube ich. Keine Ahnung. Doch, es ist ein Mensch. Weiß ich nicht. Was würdest du mir antworten? Das mit mir ficken würdest. Nee, will ich nicht. Gut, jetzt passiert bestimmt was. Was ist los. Was ist los? Ja, und jetzt geht's jetzt weiter. Was ist denn? Ja. Was soll ich jetzt machen? Tschüss. Was ist denn hier los? Mann, ist das ein komisches Spiel. Ich gehe jetzt. So. Kamera wieder gerichtet. Mann, hau ab. Gut denn, ja. Keine Ahnung, wo es mir lang geht. Jetzt. Ich gehe jetzt. Hallo. 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 Oh mein Gott, ich schwitze. Meine Fresse ist das Gras an das Spiel. Schau ab, Mann. Schau ab, Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein Vergewaltiger ist und sie verfolgt. Mich wundert wie lange das Spiel auch geht mit Spätsauber. Ich dachte, das ist nur ein kurzes Spiel. Hallo. Oh, ist das hell, das tut im Augenblick. Wenn du gegangen bist, hast du all deine Sachen zurückgelassen. Ich habe alles übereinander gestapelt. Ein kleines Kunstprojekt draus gemacht. Keine Ahnung. Ich dachte, so könnte ich herausfinden, wo der Fehler lag. Ein Teil der Schuld liegt auch bei mir. Ich kann kompliziert sein, aber ich habe dich nie aufgegeben. Und das tut wohl am allermeisten weh, dass du uns aufgegeben hast. Der ist aber groß. Wo bin ich das? Ach, ist das hell. Und das tut. Vielen Dank.